Hallo Leute, herzlich willkommen in unserer Schwesternkanal. Heute zeige ich was ich alles in Müller gekauft habe im Back to School. Also fangen wir an. Als erstes haben wir so zwei Bleistücke. Einen dicken, lilanen, schönen und einen pinken, rosanen. Dann alles in Müller gekauft, sagt man. Dann so einen Stiftradio-Gummi, graue Farbe, einen pinken Spitzer, drei, den allerriesigsten, dann den dicken, dann den dünnen. Das alles für meine Stifte. Hier nehme ich zwei Suppen raus. Einen, ich glaube, schwarzer Folienstift mit einem Redierer, wie man sagt. Und dann noch einen hellgrünen Filzstift. Filzstift verkleben möchte. Also verkleben, basteln und das ganze alles. Und jetzt noch eine Holzlinie bis 20 cm. Jetzt kommen die ganzen hellsten Mappen. Los geht's. Als erstes, dies, das ist somit wäre, komme ich in die dritte Klasse. Also habe ich für dritte Klasse alles gekauft. Also so einen Rechenblock, so einen, dann so einen Schulblock, Rechenblock, äh so Rechenblock, Freiblock, so einen Besuchzeilen. Wir schreiben dann in der dritten Klasse Besuchzeilen. Bin gespannt, wie ich das schaffe. Andere Hefte mal raus. Also, ich habe, ich habe vier, ich habe drei Matte Hefte. Die sind gleich, aber nur groß. Soll ich testen? Soll ich auch einmal, aber ich weiß nicht, was andere ist, aber ich hatte die. Egal. So eine lila Sammelmappe. Habe schon meinen Namen geschrieben. So sieht der von innen aus. Komm mal reinlegen. So, und in die Büchertasche. Das ganze lege ich mal hinter mir. Die ganzen Mappen. Ich fahre mich ganz in die dritte Klasse, weil ich dann, weil ich dann nochmal, das erste Mal englisch übe. Und deswegen haben wir eine orange Mappe gekauft. Eine grüne, eine rote, für deutsch, blaue für Matte. Und gelbe, ich glaube für Musik. Wie man sagt, ich weiß nicht, wie das heißt. Irgendwas mit Mappe. Egal. Da liegen mir alle seine Blätter, was du gearbeitet hast. Farbe pink, wie immer, wie ich liebe. Dann kommen jetzt Umschläge. Einmal einen durchsichtigen. Einen roten. Einen lilanen. Einen rosanen. Einen dunkelblauen. Und einen hellblauen. Ich glaube, die hellblaue ist eine richtig schöne Farbe, finde ich. Mit diesem Video sind wir heute zu Ende. Wie gesagt, ein Like und abonnieren unseren Kanal und sagen Tschüss. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.